Hallo Leute, heute in diesem Video will ich mal euch erklären, wie Google Übersetzer funktionieren tut. Weil ein gemein Abonnenten habe geschrieben, wie ich denn meine Texte und die ganzen Dinge halt über vorlese. Und in das heutige Video möchte ich euch gerne zeigen, wenn man zum Beispiel nicht lese kann, also in meinem Fall zum Beispiel, wie genau Google Übersetzer funktionieren tut. Ich werde hier mal direkt ein kleines Video über Google Übersetzer mit reinblenden. Das funktioniert im Prinzip eigentlich ganz einfach. Man geht auf die Webseite von Google und da in die Suche bei Google gibt man dann einfach einen Google Übersetzer. Normalerweise ist das ein Tool von Google, um andere Sprache zu übersetzen, wie zum Beispiel auf Deutsch, auf Englisch oder Deutsch, Japanisch zum Beispiel. Aber wenn man zum Beispiel Google Chrome hat, geht leider aktuell nur damit. Da kann man sich sogar die Texte mit so einem kleines Mikrofon da unten, sich sogar die Texte vorlesen lassen. Und bei dem anderen Mikrofon kann man selber, wie in meinem Beispiel Video gerade, kann man die Texte auch reinsprechen. Man kann das reinsprechen, was man will, aber man muss dazu sagen, man muss da auch Versuche deutlich reinzusprechen, ansonsten kommen manchmal andere Wörter, die man eigentlich gar nicht so schreiben wollte. So funktionieren im Prinzip eigentlich Google Übersetzer, kann eigentlich jeder benutze, der zum Beispiel nicht gut lesen kann. Früher habe ich mir immer oft die Texte vorgelesen gelassen, zum Beispiel von meinen Eltern oder anderen Leuten, die ich überlesen konnte. Und da habe ich irgendwann herausgefunden, dass man mit Google Übersetzer sich die Sache vorlesen kann, war damals ein Zufall, habe irgendwann ein Video angeguckt, wie einen darüber ein Video gemacht habe. Dann wollte ich das gerne mal nachmachen und ich habe das schnell herausgefunden, damit kann man dann sich die Texte, sag ich mal, reinsprechen und zur Weise auch vorlesen lassen. So hat das Ganze funktioniert und damit habe ich das Ganze auch dann sehr, sehr lange gemacht und mache ich es auch heutzutage immer noch. Ich benutze das täglich, um irgendetwas vorzulesen. Ansonsten muss ich sagen, werde ich es ziemlich aufgeschmissen, zum Beispiel mit Leuten schreiben, was ich jetzt sehr, sehr häufig mache und sehr, sehr häufig machen muss, auch allein wegen YouTube und so und wegen die Kommentare allein vorzulesen oder denen eine passende Antwort zu geben. Und da meine Videos, wenn ich zum Beispiel irgendwas frage, benutze ich hauptsächlich immer Google Übersetzer, da ich mir wohl die Texte vorlesen lassen kann und aber auch selber Texte anfertigen kann, für das denen zu schreiben. Da benutze ich auch natürlich auch privat, wenn ich bei Facebook mit irgendjemand schreibe oder auf mein Handy halt zum Beispiel, über Skype, über Skype natürlich auch oder über WhatsApp zum Beispiel. Bei der Handys zum Beispiel geht das auch. Die meiste Handys habe ja so ein Mikrofon in WhatsApp zum Beispiel oder Facebook schon drin, damit man da nicht unbedingt in die Google Übersetzer App rein muss. Aber zum Beispiel, wenn ich da die Texte vorzulesen lasse, muss man dann die Google Übersetzer App herunterladen, kann man auf so gut wie jedes Handy herunterladen und dann kopiert man einfach den Text einfach dort rein, gibt es bisher etwas leichter, finde ich jetzt persönlich, aber so habe ich sie auf dem Handy auch Hand. Da habe ich ja auch selbst auf meinem Handy alle Texte lese kann, auch zum Beispiel unterwegs, wenn ich unterwegs bin oder so. Aber auf dem PC benutze ich, ist er etwas leichterer, kann man alle möglichen Texte, die ich kopieren will, kopieren und da kann man auch damit die Texte vorlesen lassen, zurweise auch auf Webseite. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr coole Tool, um sich die Texte herüber vorzulesen und auch wiederzugeben. Könnt ihr gerne mal die Kommentare reinschreiben, was sie darüber denn so halten tut. Ich meine, für Analphabeten ist auf jeden Fall ein Tool, den man wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Ähm, ich glaube, das wisst ihr noch nicht besonders viele, da man sich da mehr über die Texte vorlesen lassen kann oder reinspreche. Ähm, sollt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, ladet also einfach Google Chrome runter, ist ja der modernste Browser, der aktuell von Google geben tut. Ladet ihr einfach runter und falls ihr auch hier seid, Analphabet sein, dann ist das die passende Lösung. Auf jeden Fall, bemerke ich schnell, wenn ihr die Texte einfach da reinsprechen tut, könnt ihr die wirklich überall hinkopieren und ihr könnt auch selber Texte von anderen Personen von euch, falls ihr eine Nachricht bekommen habt, einfach kopieren, da reinhaue und dann auf dem Mikrofon schlicke und dann wird euch auf Deutsch vorgelesen. Ähm, falls ihr jetzt in ein anderes Land wohnen solltet, wie zum Beispiel Amerika oder so und unheimlich nur Englisch sprechen tut oder Japanisch oder in irgendein anderes Land, dann kann man das Ganze genauso gut benutzen. Das Ganze ist da auch eigentlich ganz einfach, stellt Google auf eure Sprache, zum Beispiel auf Englisch kann man das einstellen und dann lest ihr euch sogar die Texte auf Englisch vor oder auf Japanisch oder auf sonst eine Sprache. Und dann könnt ihr auch so die Texte, zum Beispiel Englisch, zum Beispiel da reinsprechen, wie ich zum Beispiel I learn English zum Beispiel oder know yes oder sit down, könnt ihr dann wie gesagt alle Texte dort reinsprechen. Aber wie fand ich ein sehr gutes Tool, funktioniert bei jeder Sprache, wenn zum Beispiel die ganze Welt irgendeiner zum Beispiel Probleme hat mit Lese und nicht so gut lesen kann oder vielleicht sogar gar nicht, wegen irgendeiner Krankheit zum Beispiel. Wege mir war das ja wegen der Menegitis, die ich damals hatte, ähm, mit vier Jahren, äh, habe ihr bestimmt schon mal ein Video von mir gesehen, falls nicht, dann werde ich das Video über, zum Beispiel, wer aus der Menegitis, unter in die Kommentare zwei Videos verlinke, einmal über meine Behinderung und einmal nochmal extra ein Video, weil ich hier verlinke, über die Menegitis, sind so etwas alte Videos, habe ich am Anfang des Jahres aufgenommen oder mittendrin, sind so auf jeden Fall ein paar Monate alt, könnt euch, falls ihr noch daran Interesse haben solltet, euch gerne noch die Videos angucken und falls ihr weitere Themen, Vorschläge haben solltet, oder, oder, also irgendwas noch unklar sein sollte, schreibt da einfach die Kommentare rein und da kommt darüber dann vielleicht nochmal ein Video. Auf jeden Fall, also so fastet, auf jeden Fall ein gutes Tool, damit kann man sich, wie gesagt, für andere Alphabeten ist auf jeden Fall gut, für zum Beispiel, für Leute, die ich zum Beispiel, ähm, lese könne, benutze das vielleicht ganz, ganz selten für sprachische Übersätze, zum Beispiel auf Hallo, auf Englisch, aber bei komplexen Wörtern muss man auch sagen, äh, kommt dabei, was ganz, was anderes raus. Also, das kann ich so gut, ähm, von Deutsch auf Englisch oder Japanisch übersetzen, wenn das zum Beispiel komplette Wörter sind. Dann kommt das zum Beispiel teilweise was ganz, was anderes raus, aber einfach nur, um da Texte reinzusprechen, zum Beispiel vorzulesen, ist da sehr, sehr gut gedacht, ähm, wie man zum Beispiel das vorher gar nicht konnte, man konnte gar nicht mehr Leute schreiben, dann kann man sich damit auf jeden Fall sehr gut behilflich sein, für sich damit die Texteile bevor ich so lese, und, ähm, so groß so ein Ganze, ist ja eigentlich so ziemlich prachtig. Auf jeden Fall kann ich dies auf jeden Fall nur weiter empfehlen, ähm, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch zum Beispiel auch ein Analphabet ist, ähm, ich weiß zum Beispiel einige Abonnenten von mir, oder ein Paar davon vielleicht, die auch eine Lese-Rechstreibschwäche haben, oder so weiter nicht lesen können. Dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit für euch, ähm, ähm, ich fühle liebe da, sag ich mal, die Texte, um mal überhaupt mit anderen Leuten zu schreiben im Internet. Wie schon gesagt, weil früher habe ich dabei immer Hilfe gebraucht, von meiner Mutter zum Beispiel, dass die mir die Texte vorlesen tut, der Tag war ungefähr so, ich war am BC, Facebook oder so, oder YouTube zum Beispiel, ach, legt mir das und das und das mal vor, oder wer kennt wen damals, wer es noch kennt, ach, legt mir das und das mal vor, schreib mir das und das auf, hat dann immer ewig lang gedauert. Und früher hatte ich ja den Raum gehabt, ich wollte dann, da gab so eine Anime-Seite da, so ein Anime-Forum, wo man sich damals anmelden konnte, für Sucheibewege, Animes und so, konnte man sich da auch unterhalten. Ähm, gut, da konnte ich natürlich, so wie es war, ähm, nicht schreibe, weil ich brauchte immer Hilfe dafür, und, da habe ich gemeint, ach, dann lerne ich einfach jetzt lese, und dann kann ich das, ähm, hat damals aber leider nie geschlappt, um auch selbstständig lese zu lernen, und dann kam blöchlich Google Übersetzer, und hiermit konnte ich dann lese, da war ich, dass meine Mutter runterrannt, hey, du brauchst mir nicht mehr vorzulesen, ich kann jetzt mit Google Übersetzer lese. Ähm, gut, so warst du das Video, könnt gerne mal, wie ich schon gesagt vorhin, weitere Themenvorschläge, oder, wenn was unklar sein sollte, gerne mal, in die Kommentare schreiben, und da werde ich dann bestimmt mal, im nächsten Rübe mal, ein Video machen für euch, könnt ihr wie gesagt gerne mal machen, und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, lasst auf jeden Fall ein Abo da, für meinen Kanal, und, like auf jeden Fall dieses Video, und abonniert meinen Kanal, und, ähm, was wichtig ist für meinen Kanal, auf jeden Fall teilt das Video, dass mein Kanal bald mal mehr gefunden wird, und so, ähm, und abonniert, wie schon gesagt, meinen Kanal, und, schreibt was in die Kommentare rein, würde mich auf jeden Fall freuen, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal Leute, und, haut rein! Bis zum nächsten Mal, Untertitelung des ZDF, 2020